Herzlich Willkommen bei Zeitverbrechen. Wir wollen heute über einen Mann sprechen, der wirklich vergiftete Beziehungen zu Frauen hat. Diesen Mann Daniel, wir nennen ihn heute Frank Simon. Der ist am 17. Oktober 2015, über den wir heute sprechen, 44 Jahre alt und er versucht auf einem Wochenmarkt, die angehende Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zu töten. Nimm uns doch bitte mal mit an den Tatort. Was ist passiert? Also wie du schon gesagt hast, es ist der 17. Oktober 2015, ein wolkenfachender Samstag in Köln und der letzte Tag vor der Kölner Oberbürgermeisterwahl. Und Henriette Reker, 58 Jahre alt, ist die Sozialdezernentin der Stadt Köln und in dem Moment parteilose Oberbürgermeisterkandidatin. Sie will also am nächsten Tag zur Oberbürgermeisterin gewählt werden und hat an diesem Tag ihre letzten Wahlkampfauftritte. Wir sind in Braunsfeld, einem relativ bürgerlichen Stadtteil von Köln, am Rande eines Wochenmarkts, wo ihr Wahlkampfteam schon so einen Stand aufgebaut hat mit einem Schirm, wie man das so kennt. Und sie trifft dagegen neun Uhr ein und bekommt von einem Mitarbeiter so einen Bund Rosen in die Hand gedrückt, um interessierten Wählerinnen und Wählern oder möglichen Leuten, die sich noch umstimmen lassen wollen, eine Rose in die Hand zu drücken, um mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Als dann um neun Uhr vier, sie ist also gerade mal vier Minuten auf diesem Wochenmarkt, wo nicht so irre viel los ist zu dem Zeitpunkt, ein Mann auf sie zutritt, der ihr, wie sie später im Prozess sagen wird, sehr freundlich und auch in aller Ruhe gegenüber tritt und sie nach einer Rose fragt. Nämlich Frank Simon. Frank Simon. Wir nennen ihn hier Frank Simon. Frank ist sein tatsächlicher Vorname. Den Nachnamen haben wir geändert, um seine Anonymität zu wahren. Genau. Und in dem Moment, wo er ihr gegenüber tritt, so ganz klar ist nicht, ob er die Rose überhaupt noch annimmt. Aber in dem Moment, quasi im Moment der Übergabe, sieht sie schon ein Messer auf sich zurasen. Und Frank Simon sticht es ihr mit aller Gewalt in den Hals, durchtrennt ihre Luftröhre. Das Messer rauscht zehn Zentimeter tief in den Hals rein, verpasst zum Glück den Spinalkanal, was sehr, sehr übel hätte ausgehen können, und zieht das Messer wieder raus. Und wie im Wahn, in dem Moment sticht er danach auch um sich, verletzt weitere Personen schwer. Henriette Riecker geht zu Boden, hält sich, weil sie sich gut mit Notfallversorgung auskennt, hält sich selbst die Wunde zu, kompressiert die, bringt sie sich in die stabile Seitenlage und liegt dort auf diesem Markt. Und ihr gehen allerlei Gedanken durch den Kopf, wie sie das später sagen wird. Und vor allem der Gedanke, auch wenn sie nicht an Wolfgang Schäuble, der ein fürchterliches Attentat selbst erlebt hat, denkt. Aber ihr erster Gedanke ist, ich will nicht behindert werden, ich will nicht behindert werden. Das weißt du hinterher aus ihren Aussagen? Aus ihren Aussagen, weil sie sagt, der Rollstuhl passt nicht durch die Badezimmertür. Das ist ein Gedanke, der ihr in dem Moment durch den Kopf geht. Unglaublich. Das ist jetzt natürlich die Standardfrage schlechthin bei derartig blutigen und brutalen Verbrechen. Aber warum, warum hat der Mann auf Henriette Riecker eingestochen? Vielleicht brauchen wir dazu so ein bisschen zeitlichen Kontext. Also Oktober 2015. 2015 ist das Jahr, in dem ein Wort Karriere macht, das wir vorher noch nicht kannten, nämlich das Wort Flüchtlingskrise. Ich benutze das nicht so gerne, weil das davon ausgeht, dass diese Menschen per se eine Krise mit sich bringen würden, die aus Kriegsgebieten fliehen und gute Gründe haben, ihre Heimat zu verlassen. Und in dieser Zeit, sechs bis acht Wochen davor, entscheidet sich Angela Merkel für die Menschlichkeit und gegen die Schließung der Balkanroute. Sie lässt ganz bewusst Menschen ins Land, um diesen Geflüchteten helfen zu können. Und das Ganze steht auch unter diesem emblematischen Merkel-Satz, der wohl immer mit ihr verbunden bleiben wird. Wir schaffen das. Und der Frank Simon ist zu dieser Zeit seit etwa zwei Jahren arbeitslos. Er ist gelernter Maler und Lackierer und hat sich in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren, in denen er relativ einsam in seiner Wohnung hockte, immer tiefer und tiefer in so Internetforen eingegraben, in denen irgendwie Wörter wie Überfolgung und Volksverräter und so spazieren gehen. Und dieser Frank Simon hat sich da immer so ein bisschen mehr radikalisiert, von Tag zu Tag im Grunde genommen mehr und hat dann auch später im Prozess erzählt von dieser Zitat Überfremdung und der Einwanderungspolitik, einer Zitat Irrenkanzlerin hat er sich irgendwie bedroht gefühlt. Dieser Staat habe jeden Respekt vor dem Volk verloren und er hat sich quasi zu einer Handlung gedrängt gesehen. Er musste irgendetwas tun. Und wählt er dann zum Opfer Henriette Ricker, weil sie irgendeine Politikerin ist oder sie ist ja parteilos oder ist sie ihm aufgefallen durch besonders linke Äußerungen? Also ich glaube, sie ist zum einen so eine Chiffre für die da oben, für die da oben, die uns da unten nicht mehr im Blick haben, die quasi das alles aus dem Blick verloren haben, was die einfachen Leute irgendwie bewegt. Zum anderen aber ganz konkret ist sie auch die Sozialdezernentin der Stadt Köln und als solche verantwortlich dafür, Flüchtlinge unterzubringen. Und Frau Ricker hat quasi in allen Interviews immer gesagt, dass ihr eine humane Flüchtlingspolitik unheimlich wichtig ist und sie hat zu sehr ungewöhnlichen Maßnahmen gegriffen, indem sie zum Beispiel Hotels aufgekauft hat und diese Hotels zu Flüchtlingsunterkünften umgewandelt hat. Eines davon übrigens in Braunsfeld, nicht weit vom Tatort auf diesem Markt. Wohnt denn Frank Simon auch in Köln? Also wählt er ein nahegelegenes Ziel? Ja, er wohnt auch in Köln in so einer kleinen Altbauwohnung in einem kleinen Mehrfamilienhaus, in dem er wenig auffällt. Also selbst sein Vermieter sagt, er habe ihn kaum gesehen. Das liegt natürlich daran, dass der kaum soziale Kontakte in dieser Zeit hat und das Haus nur selten verlässt eigentlich. Das war mal anders, als er noch nicht arbeitslos war. Da hatte er durchaus auch Freunde oder Bekannte, mit denen er mal irgendwie ein Bier trinken gegangen ist, hatte auch mal eine Zeit lang eine Freundin. So ein Mensch, das kam auch in einem Prozess später raus, der sich sehr über Aufgaben definiert hat, über Ordnung in seinem Leben, über diese Arbeit. Und ich glaube, der Arbeitsverlust ist, der hat bei ihm auch zu so einer inneren Immigration geführt. Ursprünglich kommt er aber nicht aus Köln, sondern aus Bonn. Da ist er groß geworden. Und an diese Zeit hat Frank Simon im Grunde genommen überhaupt keine schönen Erinnerungen. Kannst du mal erzählen, was du von ihm weißt? Also wenn du sagst, er hat keine schönen Erinnerungen an diese Zeit, wie ist er denn aufgewachsen? Also wir haben das ja relativ häufig in unserem Podcast, dass dieses Wortgebilde schwere Kindheit fällt. Aber hier trifft es zu. Hier trifft es zu. Und das ist ja auch nicht so ganz zufällig. Also je nachdem, welchen Statistiken und welchen Expertenmeinungen man vertraut. Aber im Grunde genommen sind sich alle einig, dass mindestens 80 Prozent aller Menschen, die später schwere Gewalttaten begehen, als Kinder selbst Gewalt erfahren haben. Und in diesem Fall fing es eher mit Vernachlässigung als mit Gewalt an. Aber das ist natürlich auch eine Form von Gewalt. Und zwar, als der gerade mal fünf Jahre alt war, wurde er vom Jugendamt in Obhut genommen, nachdem er und seine beiden Geschwister oder zwei seiner Geschwister, insgesamt drei, noch ein Halbgeschwister, in der Wohnung zurückgelassen wurden. Er war fünf und die beiden Geschwister waren noch kleiner. Und er hat die wochenlang mit allem, was er im Haus gefunden hat, irgendwie versucht, über die Runden zu bringen. Er hat dann trockene Nudeln an die verfüttert, die Brotreste, die da waren, Reis, den es irgendwie noch gab. Und erst als das Essen dann schlussendlich ausging, hat er quasi im Haus um Hilfe gerufen. Die Nachbarn Bescheid gesagt. Ja, das konnte nicht mehr genau rekonstruiert werden. Es hieß immer, er habe um Hilfe gerufen. Mutmaßlich waren es dann natürlich die Nachbarn. Aber die Eltern waren weg. Die Eltern waren einfach weg. Und er hat auch, das hat er im Prozess gesagt, überhaupt keine Erinnerungen mehr an seine Eltern. Also an seine Mutter noch so ganz dunkel. Die habe ihn auch dann später, als er bei einer Pflegefamilie lebte, einmal besucht. Und dann seien die in so einem Wildgehege gewesen. Er erinnerte sich noch an Wildschweine und an Rehe. Und vor allem erinnerte er sich daran, dass seine Mutter so wild aussah, so frei. Er hat es dann verglichen mit Amy Winehouse, die zu dem Zeitpunkt sehr en vogue war. Und eine Drogenkarriere hinter sich hatte. Und das könnte da auch eine Rolle spielen. Genau. Also zu dem Zeitpunkt natürlich, zu dem Zeitpunkt, wo es hier spielt, im 2015, nicht zu dem Zeitpunkt, als Frank Simon fünf Jahre alt war. Und an diese Eltern eben, also viel mehr als das, weiß er auch gar nicht mehr. Er hat dann auch erst aus den Akten erfahren, dass sein Vater tot ist und auch, dass einer seiner Brüder tot ist. Also später dann gestorben sind. Er hatte keinerlei Kontakt mehr zu seiner leiblichen Familie. Kam er denn dann in eine Pflegefamilie oder ins Kinderheim? Er kam in eine Pflegefamilie und das war für ihn, naja, wie soll ich sagen, also seine Pflegemutter hat später auch als Zeugin vor Gericht ausgesagt. Und die hat gesagt, im ersten Moment wusste man schon, okay, das wird schwierig. Sie sei eigentlich der Überzeugung gewesen, jedes Kind, wenn man dem mit Liebe begegne, könnte man auch aus den gröbsten Verstrickungen wieder rausholen. Aber der habe schon am Anfang sowas von renitent gewirkt. Also sie sah ihn durch die Autoscheibe, wie er angefahren kam und da tobte er schon und kaum ging die Tür auf, schlug er seinem Pflegebruder ins Gesicht. Also der war so voller Ärger und Wut, hat die Pflegemutter Adelheit C. dann vor Gericht ausgesagt. Das ist im Grunde genommen für die, sagte sie, es sei sehr schwierig gewesen, sei ihn überhaupt zu integrieren. Man habe das auch auf den Familienfotos dann später gesehen. Man muss dazu sagen, diese Pflegefamilie, die hatten vier leibliche Kinder und zeitweise bis zu sechs weitere Pflegekinder. Das ist eine Horde von Kindern, das ist eine Kita. Ja, das war wie eine Kita und das kann man natürlich immer aus zweierlei Aspekten sehen. Man kann zum einen sagen, da haben sich zwei Leute sehr committed. Viele Kinder, die keine Chancen hatten aufzunehmen und ihnen irgendwie ein geborgenes Zuhause zu geben. Frank Simon selbst hat es später einfach als GmbH bezeichnet. Er hat gesagt, die haben sich einfach an uns bereichert. Ach so, weil sie das Pflegegeld bekommen haben für die Aufnahme dieser Pflegekinder. Genau, also er hat gesagt, wir lebten da in einem großen Haus, wir hatten sogar zwei Ferienhäuser in Spanien und dann hätten die sich alles quasi mit diesem Geld erschaffen. Deswegen sei aber auch nicht alles schlimm gewesen, weil man hatte eben irgendwie drei, viermal im Jahr Urlaub in Spanien und erinnerte sich immer noch gerne so an diese Strandbesuche und so. Da seien auch positive Dinge in seinem Kopf, aber im Grunde genommen erinnere er sich an diese Zeit als eine sehr gewaltvolle und Zurückweisungszeit im Grunde genommen. Gut, so viel Geld ist es jetzt nicht, was man bekommt, wenn man ein Pflegekind aufnimmt, aber das spricht ja dafür, dass er überhaupt nicht glücklich war. Was hat er denn erlebt in dieser Pflegefamilie? Das muss teilweise wirklich schon schrecklich gewesen sein und das war wirklich auch bemerkenswert zu sehen, weil wenn man sich so ein bisschen versuchte einzutauchen in seinen Charakter und in diese Tat später, dann hat man so diese Gewaltneigung wirklich gespiegelt gesehen in der Kindheit. Also der Vater, der wohl immer nur am Wochenende da war, der Pflegevater, der sei sehr aggressiv gewesen. Das haben andere Kinder anders ausgesagt, aber er habe beschrieben, wie er ihn einmal mit einer Waffe bedroht habe. Der war wohl so ein Waffennah. Also der Vater, den Frank Simon bedroht? Genau. Der Vater, den Frank Simon bedroht und wie er im Grunde genommen mehr und mehr, je älter er wurde, auch ausgegrenzt wurde. Das gipfelte dann darin, dass nach einem Streit zwischen dem Vater und dem Frank Simon der Frank weggeschickt wurde und sagte, ey, jetzt mach mal ein paar Tage Urlaub. Da war er so 15, 16. Hier ist der Schlüssel fürs Haus in Spanien. Fahr da mal hin. Und wenn du wiederkommst, dann hat sich alles ein bisschen beruhigt. Beruhigt hatte sich da eigentlich nicht so viel, sondern die haben im Grunde genommen einfach nur entschieden, ihn auszugliedern. Die haben dann im Keller eine Wand gezogen zum eigentlichen Haus. Da konnte man normalerweise über eine Treppe irgendwie runter. Da haben die einfach eine Wand gezogen und haben ihm da so ein kleines Zimmer im Souterrain eingerichtet. Im Keller. Im Keller. Er hatte für das Haus selbst aber keinen Schlüssel mehr und war jetzt quasi also ausgemauert aus der Familie und hatte nur noch den Schlüssel für sein eigenes Zimmer, durfte nur zum Duschen noch ins Haupthaus, weil die Dusche gab es da unten nicht und bekam jeden Tag zehn Mark Taschengeld, von dem er sich dann selbst versorgen musste. Er durfte nicht mehr an den Mahlzeiten der Familie teilnehmen als 15-Jähriger. Und das ging über zwei Jahre so. Also er war komplett alleine, bis er im Grunde alt genug war, um auszuziehen. Genau. Er hat dann seinen Schulabschluss gemacht. Das hat die Pflegemutter auch erzählt. Also er war nicht nur problematisch, er lief glatt durch die Schule, hat seinen Hauptschulabschluss gemacht und dann ist er zur Bundeswehr gegangen. Puh. Und dann mauert er sich, als er 42 ist und arbeitslos ist, wieder ein, wenn du so willst, in seiner Wohnung und gräbt sich immer tiefer in das Rabbit Hole des Internets und radikalisiert sich. Das kann man sagen, oder? Das kann man sagen, aber das war auch nicht seine erste Radikalisierung. Also getrieben durch diese Ereignisse in der Familie und diese Erfahrung nicht gewollt zu sein. Und das kennt man ja. Also wenn man selbst sich irgendwie ausgeschlossen fühlt, dann versucht man natürlich nach Möglichkeit irgendwo Anschluss zu finden. Als er 15, 16, 17 war, war das Internet noch nicht so anschlussfähig, wie das heute ist. Da konnte man noch nicht irgendwelche Gruppen suchen. Also hat er sich im realen Leben Gruppen gesucht. Und auch seine Pflegemutter hat erzählt, dass er irgendwie zu dem Zeitpunkt angefangen hat, Hakenkreuze an die Wände zu schmieren. Und er glitt dann so ein bisschen ab in die rechten Kreise. Und das hat er zwar so ein bisschen bestritten, auch im Prozess, und hat da immer so ganz nebulös drauf geantwortet. Aber man konnte das ganz gut nachvollziehen, wie tief er da drin eigentlich war. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass er dann zur Bundeswehr gegangen ist. Da war er dann Gerätewart beim Fernmeldebataillon. Und in der Zeit hatte er schon Kontakt zu so einer Gruppe von Leuten in Bonn, die sich später Berserker Bonn nannten. Das klingt schon nicht so freundlich. Nee, was ist das für eine Gruppe? Die waren auch nicht so wahnsinnig freundlich. Er hat das als so eine Jungsgruppe beschrieben, die sich gegen Gewalt gewehrt hat. Und zwar hat er immer die ganze Zeit, das war eigentlich sein Hauptthema, bis heute ist mein Eindruck, er fühlte sich sein ganzes Leben von der Antifa gejagt. Also nur, weil man ein bisschen anders aussah, sprich irgendwie so Richtung Bomberjacke und Springerstiefel. Auch wenn er wiederum gesagt hat, eine Bomberjacke hatte er nicht. Aber man kann sich das ein bisschen vorstellen. Man konnte nie, dadurch, dass es keine Bilder von ihm aus der Zeit gibt, konnte man nie so richtig nachvollziehen, wie er sich wirklich gekleidet hatte. Aber aus allem, was erzählt wurde und aus allem, was ich dann auch noch dazu recherchieren konnte, war das eine ganz offensichtlich sehr rechtsgerichtete Truppe an Jungs, die sich ständig mit der Antifa geprügelt haben. Und er hat das immer so als Rechtfertigung vor sich hergetragen. Er hat gesagt, die haben immer Hausbesuche gemacht und die wollten uns immer verprügeln und wir haben uns ja nur gewehrt. Dass er betrunken irgendwie zu konspirativen Rudolf-Hess-Gedenkmärschen gefahren ist, wo sich die europäische Nazi-Elite irgendwie getroffen hat. Wo er auch mal übrigens festgenommen wurde in Luxemburg 1994 und dass er immer und immer wieder wegen Körperverletzung aktenkundig wurde, Leute irgendwie Bierflaschen über den Kopf gezogen hat. Einmal soll er jemanden in den Hinterkopf gebissen haben und schlussendlich wurde er dann zu 30 Monaten Haft wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, nachdem er einen jungen Mann verprügelt hatte, der rote Schnürsenkel in seinen Stiefeln trug, was damals so ein Erkennungszeichen für die Antifa war. Also diese ganze Litanei, ja das hatte nichts mit Recht zu tun, wir haben uns nur gewehrt, ist totaler Käse. Und danach aber, und das wurde ihm später auch zugute gehalten, hat er es geschafft, da auszusteigen. Also er ist aus dem Knast gekommen und hat gesagt, ich muss Bonn hinter mir lassen, ich muss diese Szene hinter mir lassen. Diesen Schriftzug Berserker Bonn hatte er sich auf den Bauch tätowiert, der begleitete ihn quasi sein ganzes Leben lang, aber während quasi so das Äußere noch in Bonn blieb, konnte er innerlich sich davon freimachen und ist nach Köln gezogen und hat erfolgreich seine Ausbildung absolviert als Maler und Lackierer und hatte da dann auch gute Jobs und war unauffällig. Ist quasi den Behörden nie wieder aufgefallen bis zu dem Tag, an dem er Henriette Reker sein sogenanntes Bowie-Messer, Typ Rambo 3, man kennt das ja vielleicht aus dem Rambo-Film, aber auch von anderen, das sind so Messer, die so geschwungen abfallen vorne an der Spitze der Klinge und eine 30 Zentimeter lange Klinge hatte, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist so wie so ein Riesen-Busch-Messer, was er da benutzt hat. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war er im Grunde genommen 20 Jahre völlig unauffällig und straffrei geblieben. Und als Opfer, in das er dieses Busch-Messer, wie du sagst, stechen kann, hat er sich eben Henriette Reker ausgesucht. Genau und da hat er, wir haben das ja gerade schon mal kurz gesagt, dass es einmal so eine Chiffre war und einmal diese konkrete Funktion und ihm wurde natürlich im Prozess dann auch diese Frage gestellt, warum eigentlich Henriette Reker? Und dazu hat er Folgendes gesagt, ich zitiere Frank-Simon im Prozess, sie hat Schuld auf sich geladen. Sie ist für viele Missstände verantwortlich. Ich weiß, es ist nicht besonders ehrenhaft, auf eine wehrlose Frau einzustechen, aber aus meiner Sicht war es die einzige Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen. Ich wollte Schlimmeres verhindern durch diese Tat. Es war eine Notwehrsituation. Okay, wir wollen hier nicht nur über den Täter und seine kruden Motive und seine seltsamen Fantasien sprechen, die er hat, sondern auch über das Opfer. Kannst du uns vielleicht einmal erzählen, damit wir den Tag ein bisschen rekonstruieren können, wie der Tag für Henriette Reker losgegangen ist? Henriette Reker hat selbst vor Gericht ausgesagt, dass es ein verhältnismäßig gemütlicher Morgen war. Der letzte Morgen vor der Wahl und man kann sich das ja vorstellen, sie ist 58 Jahre alt, hat Monate hinter sich, in denen sie jeden Tag, wirklich buchstäblich jeden Tag von morgens bis spät in den Abend irgendwelche Wahlkampfauftritte hatte, mit vielen, vielen Menschen gesprochen hat, um sich irgendwie auch selbst natürlich bekannter zu machen. Sie tritt zum ersten Mal an zu einer Wahl. Sie ist zwar als Sozialdezernentin leidlich bekannt in der Stadt, aber wenn wir mal ehrlich sind, wer kennt denn schon die Beigeordneten für Soziales in der eigenen Stadt? Also die kennt ja niemand. Und die wird damals getragen von einer Koalition unter anderem aus CDU und den Grünen, um gegen den langjährigen SPD-Bürgermeister anzutreten. Und an diesem Morgen sei es eben verhältnismäßig gemütlich zugegangen. Sie habe mal wieder Zeit gehabt, mit ihrem Mann zu frühstücken. Und sie sagte auch, es war Zeit, sich etwas Schlaf zu gönnen. Da bin ich erst um 6.30 Uhr aufgestanden. Okay, weil sonst ist sie um 5 Uhr aufgestanden. Also da kann man sich mal ungefähr ermessen, was das bedeutet, so ein Wahlkampf. Und das war ihr erster Termin an dem Tag. Sie wurde dann um 8.45 Uhr abgeholt und sieht schon da an der Aachener Straße, da kommt sie entlanggefahren in Braunsfeld, sieht den Markt, sieht diesen Wahlstand, der noch so halb aufgebaut ist, begrüßt einen Mann, den sie schon länger kennt, der da die Obdachlosenzeitung in der Gegend verkauft. Und dann hat sie schon diesen Bunt Rosen in die Hand gedrückt bekommen. Und dann ist es ja sofort passiert im Grunde genommen. Sie hatte ja eigentlich gar keine richtige Zeit, dort anzukommen. Dann hatte sie Zeit, dort anzukommen, während sich ihr Täter wahrscheinlich schon minutiös vorbereitet hat auf diese Tat an jenem Morgen. Bei dem klingelt der Wecker an diesem Tag noch eine Stunde früher, um 5.30 Uhr. Und der hat eine ganz unruhige Nacht hinter sich. Er hat normalerweise nie ein Problem, damit zu schlafen. Aber in dieser Nacht, wie er dann sagte, ist ja auch verständlich, wenn man weiß, dass man wohl nie wieder in seine Wohnung zurückkehren wird, schläft er nicht besonders gut. Und er hatte am Abend vorher sich noch notiert, wo Henriette Recker an diesem Vormittag sein wird. Es war also eine Liste möglicher Tatorte, weil es war ja in Braunsfeld nicht der einzige Termin. Aber er brauchte das für seine Vorbereitung, um zu gucken, wo kann er das am besten umsetzen. Er zieht sich seine Latzhose an, ein paar Stiefel, einen Kapuzenpulli, eine Funktionsjacke. Er sah später auf den Fotos, kann man das ganz gut sehen, sah aus wie so ein Wanderer, der irgendwie einen Berg erklommen hat, als er da festgenommen wurde. Und das Rambo-Messen... Das war ja auch in seiner Wahrnehmung, ne? Ja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Er hat so einen Gipfel erklommen. Ja, da hast du recht. Und diese Vorbereitung, das wirkt so militärisch irgendwie, also so ganz geordnet. Er hat so eine Lederscheide, wo er das Messer reinsteckt am Oberschenkel. Er nimmt noch ein kleines Butterfly-Messer mit in die Brusttasche, damit hat er dann auch später noch jemanden verletzt. Und im Kühlschrank steht noch eine Flasche Reisdorf-Kölsch. Die ist sein Frühstück. Das war normal, dass er Kölsch zum Frühstück getrunken hat. Ne, das war nicht normal. Aber er sagte, das hat besonders gut geschmeckt, weil ich mir dachte, dass ich wohl nie wieder ein Bier trinken werde. Also er hat schon damit gerechnet, verhaftet zu werden. Er hatte jetzt nicht vor, zu fliehen nach der Tat oder sowas. Sondern er wollte sich als Wanderer, der den Gipfel erklimmt, damit auch rühmen. Ja, ich glaube, das war so eine Art Fanaltat. Und dann will man natürlich auch mit seinem Gesicht und seiner Geschichte und seiner Überzeugung irgendwie dafür gewürdigt werden. Deswegen, das war dem schon klar. Und dass er nie wieder ein Bier trinken wird, das hat ungefähr anderthalb Stunden gehalten, weil er sich dann um 20 nach 7 an der Tankstelle noch zwei weitere Kölsch gekauft hat, um sich zu enthemmen, wie er selbst dann auch sagt. Also er wollte sich schon in die Schuld und Fähigkeit reintrinken? Nee, ich glaube eher, dass er sich den Mut antrinken wollte. Also ich glaube nicht, dass es so durchdacht war, dass er vielleicht damit durchkommt, wenn er besoffen genug ist, dass er als schuldunfähig am Ende... Dafür reichen ja auch drei Bier nicht. Also ganz sicherlich nicht, nee. Dann hat er sich einen Fahrschein gekauft und in die Straßenbahn nach ganz hinten gesetzt. Und zwar, weil es ihm unangenehm ist, so frühmorgens schon in der Öffentlichkeit Bier zu trinken. Es ist ja auch ganz interessant, was da so für psychologische Prozesse, psychische Prozesse... Allein, Daniel, dass er sich einen Fahrschein kauft. Die RAF-Rentner, die haben sich auch bei den Käufen ihrer Mietwagen, haben sich auch immer brav eine Busfahrkarte gekauft. Ja, bloß nicht dadurch. Und dann auch Überfälle beginnen. Wie war es bei ihm? Ja, er sitzt dann also da hinten und dann passiert was ganz Spannendes. Am Rudolfplatz will er umsteigen und sieht, Zitat, wie ein deutsches Mädchen von einem Schwarzen bedrängt wird. Und das führt zu so einem inneren Kampf, weil er will unbedingt eingreifen, aber kann nicht, weil er hat ja eine Mission. Und das ist so ein innerer Kampf in ihm. Das hat mich so wütend gemacht, hat er gesagt. Ich weiß ja, was bei sowas rauskommt. Am Ende heißt es, ein armer Flüchtling wird von Rechten angegriffen. Also er hat gedacht, okay, wenn ich da jetzt eingreife, dann werde ich sofort festgenommen und dann wird mir die Schuld in die Schuhe geschoben, obwohl ich doch der Held sein wollte und der Held war. Und in diesem Bild macht er weiter. Er kann jetzt in dieser Situation nicht der Held sein, aber er muss gleich der Held sein, indem er Deutschland von dieser linksradikalen Schickimicki-Ideologin, wie er Henriette Reker genannt hat, zu befreien. Also er hatte seine Mission. Er konnte jetzt nicht eingreifen, obwohl er es eigentlich gewollt hätte und musste fokussiert bleiben. Und dieses Ereignis, das er da in der Straßenbahn beobachtet haben will, das hat ihn eher noch weiter aufgestachelt. Ja, das würde ich auch so sehen. Also das hat ihn ja im Grunde genommen bestätigt. Also eigentlich für ihn war das in seiner geistigen Logiklinie ja quasi die direkte Schuld von Frau Reker, die diesen Mann wahrscheinlich überhaupt erst reingelassen hat in sein geliebtes Land. Und da hat er ja quasi nochmal einen Beweis gehabt, dass es wirklich stimmt, dass er auf der richtigen Mission ist. Henriette Reker überlebt dieses Attentat. Knapp kann man glaube ich sagen. Sie liegt danach lange im Koma. Sie wird trotzdem zur Oberbürgermeisterin in Köln gewählt und ist es noch heute. Wie ging es aber weiter für sie? Also wie hat sie denn die Zeit danach erlebt? Was sagt sie denn dazu? Henriette Reker lag tagelang im künstlichen Koma. Du hast es gerade schon gesagt. Die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Und sie hat vor Gericht ausgesagt, dass sie in dem Moment, bevor sie dann in das künstliche Koma versetzt wurde, noch gedacht hat, ich will morgen unbedingt wählen. Ich will morgen unbedingt wählen. Und das waren somit ihre letzten Gedanken im Grunde genommen, bevor sie dann in das Koma versetzt wurde und dann selbst gar nicht mitbekam, wie sie am nächsten Tag tatsächlich zur Oberbürgermeisterin von Köln gewählt wurde. Während sie im Koma liegt. Während sie im Koma liegt. Und es dauerte dann noch eine ganze Weile, bis sie die Amtsgeschäfte aufgenommen hat. Aber der erste öffentliche Auftritt war dann, als sie im November, gar nicht so lang danach, den Heinrich-Böll-Preis an die Schriftstellerin und Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller übergab, die in ihrer Rede sagte, wenn Worte wie Volksverräter und Lügenpresse lange genug spazieren gehen, dann geht auch mal ein Messer spazieren. Und das war natürlich so das Zitat der Stunde, das klammerte diesen ganzen Fall. Und das hat man dann auch in der Reaktion von Henriette Reker in dem Moment gesehen, dass sie das sehr angefasst hat. Ich habe Henriette Reker später auch selbst mal getroffen zu einem Gespräch. Da ging es vor allem um die Kölner Silvesternacht, die sich dann ja direkt anschloss. Also die hat ja quasi die offiziellen Amtsgeschäfte am 15. Dezember übernommen. Und zwei Wochen später passiert dann diese legendäre, in Anführungsstrichen, Kölner Silvesternacht. Und sie hat quasi erstmal damit zu tun, diese ganze Stadt wieder zu beruhigen. Ja, Kölner Silvesternacht, das müssen wir vielleicht kurz erzählen. Übrigens in der Recherche, Daniel, die wir damals auch gemeinsam gemacht haben, ich erinnere mich gerne daran, ging es darum, dass es sehr, sehr viele Übergriffe gab von migrantischen jungen Männern. Genau, rund um den Kölner Hauptbahnhof. Und daran entzündete sich quasi die nächste Debatte. Und in dieser Zeit jagte ja eine Debatte die nächste Debatte. Und Henriette Reker, die sich also gerade erst körperlich grob jedenfalls von diesem Anschlag erholt hatte, stand schon wieder im Fokus. Und das war also eine unheimlich schwierige Zeit für sie. Und ich fand das wahnsinnig traurig, was sie später mal in einem Interview, ich glaube im SZ-Magazin gesagt hat, dass sie in dieser Zeit zum ersten Mal in ihrem Leben froh gewesen sei, keine Kinder zu haben. Weil sie sonst den Kindern die Mutter genommen hätte. Also diese Vorstellung, nicht mehr aufzuwachen und die Kinder ohne Mutter zurückzulassen. Die Sorgen, die sich Kinder um die Eltern machen, wenn so etwas passiert. Also wie soll man sich das ausmalen? Was die eigenen Kinder denken, wenn die Mama in aller Öffentlichkeit mit einem 30 Zentimeter langen Messer angegriffen wird. Die Henriette Reker klingt nach einer unfassbar empathischen Person. Ich habe sie auch als wahnsinnig empathisch, als sehr resonierend wahrgenommen, als unheimlich stark. Und die gleichzeitig sehr persönliche Sachen erzählt hat, von so Verarbeitungsträumen, Träumen, in denen sie immer wieder hingerichtet wurde. Und gleichzeitig diesem unbändigen Willen weiterzumachen und Stärke zu zeigen und aber auch Stärke zu empfinden. Also ich habe das nie als so eine Hülle oder so eine Maske wahrgenommen, die sie nach außen getragen hat, sondern die hatte so eine innere Überzeugung und Stärke, dass sie sich das Leben nicht nehmen lässt. Und das fand ich irgendwie beeindruckend im Gespräch mit ihr, weil es so ungewöhnlich war. Also ich habe ja oft mit Opfern zu tun in meinem Job. Du genauso. Wir reden oft mit Menschen, denen das Schlimmste widerfahren ist. Und die allermeisten reagieren, wie ich wahrscheinlich auch reagieren würde, wenn ich auf sowas angesprochen werde und sowas erlebt hätte, sehr, sehr emotional. Und dann gibt es ein paar wenige, die können das relativ kontrolliert beantworten. Zu denen gehört Henriette Reker. Und diesen kontrollierten Menschen unterstellt man ja oft und schnell, die seien so empathie- und emotionslos. Aber ich hatte das absolut gegenteilige Gefühl bei ihr. Das ist auch keine Masche gewesen, sondern das ist einfach ihr Charakter. Und das ist auch alle Menschen, die sie kennen und die sie schon länger kennen, beschreiben sie als eine wahnsinnig empathisch, aber gleichzeitig sehr kontrollierte Frau. Und ich glaube, das ist nicht ein Widerspruch in sich. Mich interessiert total, wie sie dem Mann begegnet ist, der sie töten wollte, Frank Simon. Sag einmal kurz, da gab es ja einen Prozess. Was war die Anklage? Also die Justiz packt doch wahrscheinlich das ganz große Besteck aus, oder? Genau, das ist es. Also das war auch sehr überraschend im ersten Moment. Also wenn man zurückdenkt an die zwei großen Attentate auf Politiker, die es in Deutschland in den 25, direkt 25 Jahre davor gegeben hatte, nämlich beide 1990 gegen Oskar Lafontaine, übrigens auch in Köln, und gegen Wolfgang Schäuble, dann waren das zwei Prozesse, die an reguläre Schwurgerichtskammern angeklagt waren. Das heißt also Prozesse, die es vor dem Landgericht gegeben hätte. Der eine fand gar nicht statt, weil vorher schon entschieden wurde, dass der Täter psychisch so gestört ist, dass er eingewiesen wird und es gar nicht zu einem Prozess kam. Aber das waren beide keine politischen Straftaten quasi, sondern reguläre Kapitalverbrechen. Und in diesem Fall aber hat die Bundesanwaltschaft sich den Fall gezogen. Und das ist natürlich das größte Besteck, was wir haben, wenn die Bundesanwälte ermitteln. Und deswegen wurde es auch zum OLG in Düsseldorf angeklagt, vorm Staatsschutzsenat. Zitat, wegen des spezifischen staatsgefährdenden Charakters der Tat und der besonderen Bedeutung des Falles. Und die Bundesanwälte gelangten eben zu dem Schluss, dass Frank Simon von fremdenfeindlichen Motiven geleitet worden war. Und damit hatte man natürlich die Brücke, um zu sagen, okay, das ist ein Staatsschutzverfahren. Und im Grunde genommen hatte man auch das Gefühl, Frank Simon hat irgendwie versucht ein Signal an die Bundesrepublik auszusenden. Und der Staat hatte das Signal verstanden und hat gesagt, jetzt schicken wir mal eins da raus. So etwas lassen wir uns in diesem Land nicht bieten. Wir gehen mit den ganz, ganz, ganz großen und wichtigen Leuten an die Sache an. Und Frank Simon war ja anders als die Attentäterinnen von Lauska Lafontaine und Wolfgang Schäuble auch voll schuldfähig, oder? Weil die Täterin bzw. der Täter bei Lafontaine und Schäuble, die waren ja beide psychisch krank und dann wurden sie als schuldunfähig angesehen und in den Maßregelverzug eingewiesen. Aber Frank Simon nicht, oder? Er wurde natürlich auch psychiatrisch begutachtet und das von niemand geringerem als dem forensischen Psychiater Norbert Laigraf, der hier in jeder fünften Folge, glaube ich, mal durchs Bild läuft, weil er bei den ganzen großen Prozessen immer wieder als psychiatrischer Sachverständiger zur Rate gezogen wird. Und das war sehr interessant. Normalerweise läuft es im Strafverfahren so ab, dass wenn ein forensischer Psychiater einen Angeklagten oder eine Angeklagte beurteilt, dann gibt es so eine Art Vorgutachten, mit dem sich die Kammer schon mal auseinandersetzen kann. Und dann schaut sich der jeweilige Psychiater das Verhalten des Angeklagten im Prozess nochmal an. In diesem Fall gab es dieses Vorgutachten aber nicht, was ein bisschen den Schluss zuließ, dass Laigraf selbst nicht so richtig sicher war, was er eigentlich von ihm halten soll, von diesem Frank Simon. Und hat zwei lange Gespräche mit ihm geführt im Vorfeld und er wollte sich aber nochmal das Verhalten im Prozess angucken, um sicher zu sein. Und hat ihn dann letztendlich für voll schuldfähig gehalten, hat ihm aber auch eine paranoid-narzisstische Persönlichkeitsstörung attestiert, durch die er aber nicht, wie das im Psychiaterdeutsch immer so schön heißt, in seiner Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt war. Also ja, voll schuldfähig. Ganz im Gegensatz zu den anderen Attentäterinnen und Attentätern. Was hat denn Frank Simon für einen Eindruck gemacht auf dich in dem Prozess? Du warst ja auch in dem Prozess. Also das war wirklich bemerkenswert. Wirklich bemerkenswert. Der konnte sich die ganze Zeit überhaupt nicht stoppen. Der war wie so ein ungezogenes Kind. Und die vorsitzende Richterin Barbara Havlitzer, da hatte man so das Gefühl, die muss wie so eine Oberlehrerin da agieren. Die hat ihn immer wieder zur Raison gerufen, hat das manchmal aber auch ganz humoristisch gemacht, wenn er dann irgendwelche Elogen gehalten hat. Und dann hat er irgendeinen FAZ-Artikel zitiert von Jasper Altenbockum, der irgendwie seiner politischen Richtung entsprach. Und dann sagt er, besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Woraufhin die Richterin sagte, ja, dann wären sie ja auch bei der FAZ. Okay, das klingt schon ziemlich lustig. Und so ging das die ganze Zeit im Grunde genommen. Also man hatte das Gefühl, die tanzen so ein bisschen umeinander herum, aber die Vorsitzende hatte die ganze Zeit den Hut auf und hat ihn wirklich wie so ein kleines Kind zurecht gestutzt, hat dann manchmal auch unterbrochen, weil er eben so unerträglich besserwisserisch war. Er ist dann immer wieder und immer wieder reingegangen bei allem, was ihm irgendwie nicht genau genug erschien, hat immer dazwischen gerufen und er konnte so richtig nicht an sich halten. Und seine Anwälte haben ihn nicht versucht zu stoppen? Doch, die haben ihn immer wieder versucht zu stoppen, aber er hat immer, ist denen über den Mund gefahren und hat weitergeredet und das war schon bemerkenswert. Und ich hatte auch das Gefühl, der ist so geprägt von so einem, alle anderen sind schuld und ich bin immer das Opfer. Dann schreiben die in den Medien, ich sei immer arbeitslos gewesen, ich war nur zwei Jahre meines Lebens arbeitslos, ich habe immer hart gearbeitet, es ist eine Unverschämtheit und er fühlte sich immer so ungerecht behandelt, wie so ein kleines Kind im Grunde genommen. So, die Welt ist mir was schuldig, mäßig. Genau, genau, die Welt ist mir was schuldig. Haben eigentlich die Anwälte versucht, auch gegen das Gutachten von Professor Leigraf, ihn zu einem psychisch kranken zu machen? Ja, die Strategie war eher zu sagen, dass dieser Prozess überhaupt nicht dahin gehört, wo er gerade ist. Die haben im Grunde genommen gesagt, ihr macht hier raus einen politischen Prozess. Wenn das Opfer nicht eine Politikerin gewesen wäre, wäre das hier als gefährliche Körperverletzung vom Landgericht angeklagt worden und nicht als versuchter Mord vor der Staatsschutzkammer. Und das sei ein Unding und er wäre jetzt das Opfer dieser Zeit, dass die Politik quasi mal ein Signal senden müsse und die Justiz lasse sich im Grunde genommen vor den Karren der Politik spannen. Was natürlich sowohl von der Bundesanwaltschaft als auch von der Kammer und der Vorsitzenden Barsch zurückgewiesen wurde. Und ich glaube auch, dass das natürlich reine Folklore war, weil ganz offensichtlich war das eine staatsgefährdende Straftat. Mich interessiert total, wie du das Zusammentreffen der beiden erlebt hast. Also wie Henriette Reke, die ist ja als Zeugin wahrscheinlich aufgetreten, wie sie auf ihn reagiert hat. Also als erstes fand ich, dass das ein bisschen unglücklich deshalb war und das hat Henriette Reke selbst später auch nochmal gesagt, dass sie ihn gar nicht sehen konnte, während sie ausgesagt hat. Weil er so mit dem Rücken zu ihr saß? Er saß ihr im Rücken. Ah, das ist ungünstig. Und sie sagt im Grunde genommen, ich habe auch bis heute keine Angst vor Menschenmengen. Ich habe keine Angst, wenn Leute auf mich zukommen. Aber wenn Leute von hinten kommen, da wird mir immer noch so ein bisschen ungeheuer. Und dann saß sie also ihrem Attentäter eben nicht gegenüber, sondern der saß im Rücken, konnte sie die ganze Zeit beobachten bei dem, was sie gesagt hat. Sie hat das wohl später dann auch mal moniert und hat gesagt, auch im Sinne anderer Opfer, das kann doch nicht sein. Das Erste, was ich sehe, wenn ich reinkomme, ist der Angeklagte. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich darüber sprechen soll, was mir da widerfahren ist, sehe ich ihn nicht mehr. Er kann mich aber die ganze Zeit sehen. Aber das ist ja nicht immer so. Nee, aber in diesem Saal ist es so. Und das hat ihr sehr sauer aufgestoßen. Und ich fand es sehr interessant, dass dieser Frank Simon, der die ganze Zeit geredet hat, jetzt plötzlich still war, da mit gesenktem Kopf saß und überhaupt auch nicht den Anschein erweckte, er wolle jetzt schon wieder aus der Haut fahren, sondern der saß eher so ein bisschen in sich zusammengesunken, traute auch nicht, sie anzuschauen und hat im Grunde genommen sich in sich selbst verloren und man hatte das Gefühl, durch das, was sie sehr nüchtern erzählte, sehr stark erzählte und dadurch halt eben auch den Anschein erweckte, er habe sie auf keinen Fall brechen können, hatte ich das Gefühl, dass sie es war, die ihn in dem Moment brach. Ich habe ja eingangs gesagt, dass der Frank Simon ein toxisches Verhältnis zu Frauen hat und das liegt daran, dass du mir erzählt hast, dass er in diesem Prozess auch noch auf eine andere Frau getroffen ist und das war, glaube ich, ein ganz besonderer Moment für dich. Das war der zweite besondere Moment neben diesem Aufeinandertreffen mit Henriette Reker, da kam nämlich dann diese vorhin ja schon mal erwähnte Adelheit C, seine Pflegemutter in den Zeugenstand und wenn man jetzt noch nicht gewusst hätte aus der Lebenserzählung von Frank Simon, dass da nun wirklich nicht alles gut lief in dieser Pflegefamilie, dann hätte man meinen müssen, dass da einfach so eine bisschen trutschige, aber wahnsinnig liebevolle, warme Pflegemutter auf ihrem Sessel hockte und sich bemühte, auch nett über den Frank zu reden, der aber überhaupt nicht an sich halten konnte und aus dem es so richtig rausplatzt, bei ungefähr jedem zweiten Satz, den sie sagte, schrie er Lüge, Lüge, Lüge. Wahnsinn. Und wurde immer wieder gemaßregelt, bis er dann letztendlich ja auch selbst natürlich als Angeklagter das Recht hat, Fragen zu stellen und das fand ich irre. Der hat 13 Jahre mit dieser Frau gelebt, im selben Haus. Oder im eingemauerten Anbau. Oder im eingemauerten Anbau und siezte die. Wirklich, er hat sie in dem Prozess gesiezt, mit sie angesprochen, sie und dann Nachname. Ja, das zeigt schon eine extreme Distanzierung. Und sie hat sie ihn auch gesiezt? Nee, 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 sie hat ihn geduzt und sie hat immer von ihrem Frank auch gesprochen und das war so kalt. Also während sie sich so um Wärme bemühte, die aber natürlich aufgrund seiner Reaktion zu sehen auch eine behauptete Wärme irgendwie war, sprach aus ihm natürlich dieser ganze Groll, den er gegenüber dieser Pflegefamilie als solche hatte und viele der Aussagen, die er getätigt hat, wurden ja auch bestätigt von einem seiner Pflegegeschwister, sodass man also durchaus jetzt nicht sagen kann, der hat nur gelogen, der hat nur irgendwelche Fantasieerzählungen da auf den Tisch gelegt, um vielleicht ein bisschen milderes Urteil zu bekommen, sondern der war wirklich bis heute noch voll von Wut und Trauer und Fassungslosigkeit gegenüber dieser Frau. Apropos Urteil, wie war denn das Urteil letztlich gegen ihn? Das Interessante an diesem Urteil war, dass im Grunde genommen alle ein ganz klares Urteil erwartet hatten, nämlich lebenslange Haftstrafe wegen versuchten Mordes. Und auch Frank Simon selbst hatte schon vor den Plädoyers der Richterinnen noch hinterhergeworfen, ich weiß bei Ihnen ja sowieso schon, was da rauskommt. Wusste er aber offenbar nicht und wussten wir als Beobachter auch nicht, denn am Ende des Tages wurde er nur, in Anführungsstrichen, zu 14 Jahren Haft verurteilt wegen versuchten Mordes und fünffacher teils gefährlicher Körperverletzung gegen die umstehenden Wahlhelfer und Lokalpolitikerinnen, die da noch mit Henriette Reke am Wahlstand standen. Und die Bundesanwaltschaft selbst hatte lebenslange Haft gefordert und die Vorsitzende Richterin hat das aber dann ganz gut begründet, finde ich. Also sie hat erst mal in ihrer Urteilsbegründung so ein Statement vorangestellt und hat gesagt, Herr Simon wollte ein Klima der Angst erzeugen, um die Politik zu drängen, von ihrer aus seiner Sicht verfehlten Flüchtlingspolitik abzugehen. Damit hatte sie so den Ton gesetzt und auch gesagt, okay, dieses Verfahren gehörte genau hierhin, weil es eben eine staatsgefährdende Straftat war. Aber stellte zugleich die Frage, ob dieser Mordversuch auch eben eine lebenslange Haftstrafe rechtfertigt. Dazu muss man vielleicht nochmal wissen, lebenslang bedeutet nicht lebenslang, das haben wir schon das eine oder andere Mal ausgeführt, sondern erst mal nur mindestens 15 Jahre, kann aber auch durchaus länger bedeuten, wenn die jeweils Verurteilten noch für gefährlich gehalten werden und eben nicht in der Lage sind, resozialisiert zu werden. Und ja, Frank Simon habe natürlich bei dem Angriff die Arglosigkeit Henriette Rekers ausgenutzt und deswegen sei das erste Mordmerkmal Heimtücke auch erfüllt. Aber sind auch die sogenannten niedrigen Beweggründe erfüllt. Und im Gegensatz zur Bundesanwaltschaft, die das bejaht hatte, sieht der sechste Senat, der das abgeurteilt hat, anders wegen der besonderen Täterpersönlichkeit von Frank Simon, der wie gesagt, das hatten wir ja schon ausgearbeitet, zwar voll schuldfähig war, aber eben auch diese narzisstisch paranoide Persönlichkeitsstörung hatte und eben eine sehr, sehr schwere Kindheit, die es ihm nicht ermöglicht habe, gesund und gewaltfrei aufzuwachsen. Und diese Persönlichkeitsstörung, die sich entwickelt hat in ihm, die sah die Kammer als maßgeblich für den Tatentschluss an und hat ihm das ein bisschen strafmildernd ausgelegt, weshalb er eben diese 14 Jahre bekommen hat. Vielen Dank, Daniel, dass du uns diesen sehr, sehr tragischen Fall eines versuchten politischen Mordes aus dem Oktober 2015 mitgebracht hast. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass am 20. April eine neue Ausgabe des Kriminalmagazins Zeitverbrechen erscheint. Und praktischerweise habe ich hier gerade den Chefredakteur vor mir sitzen. Daniel, du kannst uns doch bestimmt erzählen, was in dem Heft drin steht, oder? Ja, das kann ich natürlich und mache ich auch sehr gerne. Wir beschäftigen uns diesmal mit einem Thema, was, glaube ich, viele, viele Menschen bewegt und was insbesondere auch in den Zeiten der Corona-Pandemie noch mal zentraler auch in die Medien gerückt ist, obwohl es immer, immer, immer ein Thema ist. Und deswegen wollen wir es auch nicht vergessen, nämlich häusliche Gewalt. Wir fokussieren uns dabei auf Gewalt in der Partnerschaft und haben zwei hochinteressante Geschichten, Einzelfälle, die wir erzählen wollen von Männern, die ihre Partnerin getötet oder versucht haben zu töten. Und du, liebe Anne, trägst zu diesem Schwerpunkt ja auch noch bei, in denen du ein Interview mit einer Anwältin gemacht hast, die viele Opfer häuslicher Gewalt vertritt. Das ist doch schön, Daniel, wie sich unsere Arbeit hier wieder verzahnt. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ich dir, Daniel, von einer Recherche erzähle, die ich gemacht habe. Und darauf freue ich mich schon. Bis bald.